Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Coral Island. Ein Abo und ein Daumen nach oben, so natürlich wie immer umsatzend, weil mich mega freuen, so dass ihr nicht dazu entscheiden solltet. Ich hoffe, dass meine Samen noch leben. Nicht, dass sie jetzt alle kaputt sind und zerstört sind. Ne, kaputt sind sie nicht, aber sie sind kein bisschen... Was sind die hier kaputt? Weil die habe ich nicht, die habe ich vorher nicht gegossen. Nicht, dass das jetzt Unkraut ist und dass die Pflanzen kaputt sind. Für alle Zeit, ich hoffe nicht. Weil es war sehr, sehr teuer. Der ganze Spaß war sehr teuer. Ah, das sind die Felder, die nass waren noch, ne? Von Vortag, glaube ich. Ich glaube, das waren die Felder. Boah, die Automatisierung ist, ich habe es jetzt einfach mich getraut, aber es ist echt übel, wie viel Arbeit das jetzt ist, hier alles erstmal manuell zu machen und dann Stück für Stück zu automatisieren. Ei, 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 ei. Wir müssen ein zweites Feld anlegen, ne? Oder das Feld vergrößern. Kann man die Mühle verschieben? Ja, oder? Bestimmt. Oder würde ich das Feld jetzt einfach vergrößern, links? Boah, das Feld ist riesig, ne? Alter Schwede. Also, wenn das nicht Reichtum wird, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich mit diesem Feld nicht mega reich werde. So, alles gegossen und fast keine Ausdauer mehr. So, was ich schon mal machen kann, ich kann schon mal vorbereiten, dass wir das Feld vergrößern. Jetzt haben wir den Zaun weg und dann gehen wir ja tauchen. Wir müssen ganz, ganz schnell Silbertank suchen. Wir müssen den ganzen Tag jetzt auch verschwenden oder verschwenden, benutzen. Das ist eher benutzen, verschwenden ist es nicht, denn wir brauchen das wirklich dringend. Kann man die verschieben? Kann man das vielleicht bei den Typen oben? Aber kostet das bestimmt auch eine Gebühr oder so, ne? Weil ich halt mittlerweile sagen muss, ich habe so viel Geld, dass es mir eigentlich egal ist, wenn es eine Gebühr kostet. Also, wenn es jetzt nicht irgendwie 10.000 sind, die das kostet. Dann wäre ja auch lächerlich. Der kostet null. Am nächsten Tag ist es ein bisschen blöd, aber... ... Okay. Oh, warte mal, ich mach da wirklich ein Stück dazwischen frei. Ah, was mach ich denn da? Ah, was mach ich denn da? Oh, ich bin grad ein bisschen ruhig, weil ich mich konzentrieren muss, weil wir nicht so viel Zeit haben, es tut mir sehr leid. Aber wir müssen uns jetzt wirklich beeilen und wir müssen noch eine Vogelscheuche bauen, bevor wir überhaupt irgendwas anderes hier machen. Wir brauchen ein Ende der guten Faser, Saft und Holz, das ist kein Problem. Das war doch die gute, oder? Die gewöhnliche, weil sonst war das andere die improvisierte, ne? Ja, behelfsmäßige. Das war die gute. Überlacht sich ja doch. Stimmt, ja. Egal. Passt schon so. So, das ist schon mal der Anfang für unser Feld. Wir werden noch mehr anpflanzen, dann. Wenn wir dann die Sprengler eben haben, ne? Weil ich muss das jetzt jedes Mal manuell gießen. Das wird heftig. Und ich muss jetzt was essen. Habe ich nichts zu essen? Und ich kann das hier nehmen. Okay, wir müssen was für Essen holen. Gut, dass wir die Dinger in der Mine bekommen haben. Alter Schwede! Gerade ist es echt stressig. Es tut mir so leid, dass ich gerade nicht viel reden kann, aber ich bin gerade mega konzentriert. Jetzt kommt es halt auf jede Sekunde an, ne? Jetzt müssen wir halt richtig reinhauen. Ich will den Honig kurz mitzunehmen, damit wir ein bisschen Geld machen wieder. Hoffentlich ist mein Geld auch nicht mein Untergang am Ende. Wir müssen ganz, ganz wichtig. Wir müssen hier mehr herstellen, weil sonst haben wir nachher nicht genug Schrott. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell zum Tauchen. Alter Schwede! Ich bin so unter Stress gerade. Es tut mir so leid. Mein Gott! Schnell runter da! Da, Silbertank. Was ist hier unten? Noch mehr. Wunderbar. Hier nochmal Silbertank. Da. Alles andere ist leider relativ egal. Wir brauchen nur den Silbertank. Den Rest können wir immer noch machen demnächst. Und wir brauchen das Zeug. Wir brauchen den Stoff, Leute. Wir brauchen den Stoff. Hast du noch was da? Boing, 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 Drogensucht. So schnell kann es gehen. Hast du noch was da von diesem Silbertank? Oh. Der hat richtig reingehauen. Ja, ja. So ist das mit der Trockensucht, meine lieben Kinder. So schnell kann es gehen. Einmal angefixt mit Silbertank. Schon bist du unterwegs im Meer und schwimmst durchs Meer, um Silbertank zu finden. Muss man überlegen. Ich schwimme hier durch die Tiefen des Meeres auf der Suche nach Silbertank. 27 Meter unter dem Meer. Wisst ihr, was für ein Druck hier ist? Der Druck ist gewaltig unter 27 Meter unter dem Meer. Warte, hier schon mal 27 Meter tief tauchen. Ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön Druck ist. Was willst du denn? Lass mich durch. Silbertank. Da vorne ist noch mehr. Wir brauchen allen Silbertank der Welt. Allen. Wie viel? Alle. Alles. Absolut alles brauchen wir. Man kommt wenigstens raus. Das stimmt. Liebe Kinder, also eignet euch eine Drogensucht an, wenn ihr ein Stubenhocker seid. Dann kommt ihr wenigstens raus. Nein! Fangt bloß nicht mit dem Scheiß an. Wirklich nicht. Lasst das bloß sein. Drogen sind echt scheiße. Vor allem bringt Drogen einem auch nicht wirklich was. Kurze schöne Zeit vielleicht, aber die kosten am Ende. Glaubt mir. Auch Alkohol, ihr merkt das ja schon. Also wenn ihr legale Drogen nehmt, sowas wie Alkohol, merkt ihr ja auch, dass der nächste Morgen ist nicht so geil. Und umso älter ihr werdet, wie ist ein kleiner Hinweis, umso älter ihr werdet, desto schlimmer wird das am nächsten Morgen. Der Kater am nächsten Tag wird schlimmer, umso älter ihr werdet. Also von daher, lasst den Scheiß am besten einfach. Oder genießt es halt in Maßen. In Maßen ist immer alles, ist eh viel lustiger. Alkohol in Maßen ist viel lustiger als Alkohol in Massen. In Massen kotzt ihr am Ende nur. Dann geht es euch nur mies und scheiße. Kann ja auch nicht die, die... quasi, kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder? Dass es euch scheiße geht dann. So, noch ein bisschen Silbertank. Hast du noch ein paar Teile? Ein paar Teile nur noch brauche ich. Komm. Gib mir noch ein paar Teile. Nur ein paar, da. Perfekt, doppelter Seetank. Haben wir hier noch ein paar Teile? Ich glaube, das war's. Mehr Silbertank gibt es, glaube ich, nicht. Nee. Dann holen wir den Anker schnell her und dann weg hier. Scheiße. Ah, doch. Schnell zum... zu... zu... zu meiner... zu meiner Farm. Den Bronzesilbertank aus der Kiste holen. Ist der hier drin? Nein. Aber wir haben nicht genug Schrott, das ist das Problem. Hier haben wir noch Silbertank. Haben wir auch den Bronzen? Nee, den haben wir hier nicht drin. Da haben wir ihn drin. So. Immerhin fünf neue Sprenkler. Das ist schon viel. Das ist weniger Gießen für mich am Ende. Das erste Feld ist fast komplett. Noch doppelt so viel, dann haben wir es. Und jetzt, glaube ich, fehlt uns jetzt am Schrott, oder? Ja. Ähm, der andere Sprenkler. Ja, es fehlt unserem Schrott. Wir müssen deutlich mehr Schrott herstellen. Was kostet denn diese... diese Recycling-Maschine? Materialien. Uff. Stein, Müll und Bronzesilbertank können wir beides, äh, können wir alles entbehren. Also Bronzesilbertank nicht so sehr, aber hey, besser als, äh, was hatte ich gesagt? So schnell vergesse ich es. Das, das ist Potato-Vergesslichkeit. Stein, Bronzesilbertank und Müll. Also brauchen wir nur noch Stein hier raus, dann haben wir es. So, dann bauen wir noch eine zumindest, eine zweite. Dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. Weil wir haben aber nicht unendlich viel Müll, das ist das Problem. Uns geht der Müll aus. So, dann gehen wir mal schlafen. Ui, 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 ui. Was für ein Tag, oder? Was für ein Tag. Kannst du keinem erzählen. Und heute regnet's. Oh, ich hätte den Wetterbericht gucken sollen. Oh, was von Oma. Die hat mir Kekse gegeben. Lest es selbst durch. So. Heute regnet's. Na toll. Aber ist gut für mich. Das heißt, wir haben... Aber ich hätte die Geeks keine upgraden können. Aber gut. Das ist halt jetzt leider passiert. Shit happens. Jetzt haben wir keinen Müll mehr. Ich weiß, wir müssten uns um die Kühe kümmern. Aber scheiß auf die Kühe. Wir brauchen noch Müll und alles. Scheiß auf die Kühe. Die Kühe können auch mal ein paar Tage ohne mich leben. Dann platzt halt der Euter. Dann ist es halt so. Was soll ich machen? Ich brauche sowohl Silberseetank. Ich brauche irgendwann auch wieder Bronzeseetank. Ich brauche jede Menge Müll. Müll kriegt man hier unten auch jede Menge. Auf geht's. Gibt's hier irgendwo so ein Ding, was wir aktivieren müssen? Lohnt sich hier den Müll wegzumachen? Ja, hier gibt es Dinger. Ah, hier ist Silberseetank. Das eine haben wir ja schon aktiviert, ne? Aber die andere müssen wir halt noch aktivieren. Wir brauchen heute Müll. Also von daher. Auf geht's. Im Herbst kommt bestimmt nochmal ein Regentag. Also ist nicht so schlimm, dass wir jetzt den Regentag verschwendet haben, wo wir die Gießkern hätten upgraden können. Also ist es nicht so schlimm, dass wir jetzt die Gießkern haben, wo wir 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 die Gießkern haben. Ich bin so gestresst gerade. Also ist es nicht so schlimm, dass wir die Gießkern haben, wo 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 wir die Gießkern haben. Da wollen die Gießkern haben, wo wir die Gießkern haben. Da ist es. Wie viel haben wir jetzt in Müll? 43 nur. Das ist 25 Schrott, den wir jetzt gerade haben, im Momentar. Das ist nichts. Wir brauchen 10 pro Sprinkler. Wir brauchen viel mehr Müll. Wir brauchen viel mehr Müll. Wir brauchen viel mehr Müll. Es ist natürlich das der Gießkern. Ich bin schon an, wie viel müll. Ich bin schon an. Das ist ein Schuss. Ich bin schon an. Ich bin schon an. Warum نہ? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sammeln hier auch Schrott. Wir haben 35 Schrott gesammelt. Das ist ganz geil. Die 35 Schrott, da freue ich mich drüber. Was bringt das jetzt eigentlich, dass das hier entfernt wird? Gar nichts, oder? Ach doch, hier vorne gibt es vielleicht einen Weg, wo man langen kann. Hier kann man jetzt runter. Okay. Hier gibt es vielleicht noch mal Silbertank. Da gibt es ganz viel Müll. Wir brauchen jede Menge Müll. Silbertank auch? Ja, das stimmt. Aber... Ich esse mal Omis Kekse. Die waren aber echt kacke. Omi kann keine Kekse backen. Haben wir kaum Ausdauer gegeben, die Kekse. Was ist das denn für ein Fisch? Ich bin der Fisch der Weisen. Gluck, gluck. Das glaube ich, jetzt wärftig mich durch. Okay. Oh. Puh. Pool Die Miesmuschel müssen wir auch noch beim Schreien abgeben, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Lass mal die Blockade hier kurz lösen. Wie viel Müll haben wir? 149, aber wir haben 37 Schrott, das ist schon mal gut. Wie viel Silberseetank haben wir dabei? Schimmerne Truhen. 50 Stück, okay. Also 10 Sprinkler können wir mit den Silberseetank schon mal machen. Mit dem Schrott leider nicht, aber bald vielleicht. 10 Sprinkler? Wenn ich heute 10 Stück herstellen kann, heute Abend, also im Spiel. Das wäre schon krass, oder? Dann ist das eine Feld fast komplett. Da müssen wir kaum noch gießen. Und dann können wir das zweite Feld langsam anfangen. Oh! Und dann haben wir doppelt so großes Feld wie im Vorjahreszeit. Und das wird alles automatisch gegossen, ne? Das ist schon sexy. Das ist schon verdammt sexy. Muss man schon sagen. Das ist schon egal. mehr als doppelt so viel haben wir glaube ich dann sogar wir haben ja das eine mal gar nicht das ganze feld gehabt im sommer wir haben mehr als doppelt so viel am ende aber dafür dass ich heute ein bisschen gebraucht habe wieder reinzukommen spielen bin ich jetzt gerade wieder voll dabei aber das liegt daran dass ich jetzt endlich was neues haben also es ist jetzt nicht komplett neu was ich hier mache klar das haben wir schon mal gemacht alles wir sind schon mal durch die bisschen mehr geschwommen haben müll entfernt und haben die dinger gemacht hier und sowas und unseren seetank drogen gesammelt und so klar das haben wir alles schon mal gemacht aber es ist jetzt ein neues gebiet wir mit silberseetank wir haben jetzt endlich die möglichkeit sprengler zu bauen ich habe endlich wieder ein ziel vor augen das ist das tolle gerade ich habe endlich wieder ein ziel vor augen wo ich sage da will ich jetzt hin das ist das woran ich jetzt arbeite ich arbeite jetzt an den sprenglern wenn ich das erreicht habe wird das spiel vermutlich wieder ein bisschen lahmer wobei ich sagen muss dann können wir endlich in die mine dann können wir endlich andere dinge machen außer und die ganze zeit unser feld zu gießen gut wir müssen immer noch unsere maschinen voll machen aber dann bauen wir halt noch mehr maschinen so dass wir dann irgendwann alles super schnell abarbeiten können außer bei den fässern da wird schwierig die fässer brauchen lange für das bier ich kann jetzt die 50 fässer hinbauen das ist ein bisschen viel ich habe den anker schon mal hierher geholt weil wir nachher nicht mehr raus geholt werden um 23 uhr ist vorbei mit mit tauchen dann holt der roboter uns einfach raus oder Puh! 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 Das ist gut, dass wir das gefunden haben. Aber das bleibt gespeichert, dass wir das haben. Wir sollten den Anker herholen. Und den Silbertank, den hätte ich gerne noch. Den nehme ich noch mit, komm schon. Den kriege ich noch. Okay, Anker herholen. Wir gehen nach oben. Puh! Puh! Okay, auf geht's. Moment, wir müssen noch was anderes machen. Fällt mir gerade auf. Wir sind ganz schnell zum See-Tempel. Wir haben auch Muscheln eingesammelt. Wir haben alles. Yes! Bronzer See-Tang-Essenz. Ungesperrt, hä? Achso, ich kriege jetzt einfach Bronzer See-Tang-Essenz geschenkt, oder was? Okay, das ist jetzt nicht so toll. Wenn ich ehrlich bin. Ah, eine. Toll. Aber ey, immerhin. Wir haben einen weiteren Ding vom Schrein fertig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ran. Ne, warte, warte. Wir haben Müll. Aller Müll muss hier rein, schnell. Und jede Menge Schrott. So, haben wir den See-Tank? Den Bronzer See-Tank haben wir nicht dabei, ne? Doch. Doch, doch. Okay, das heißt, wir können jetzt craften. Wir können jetzt wieder... Sechs Stück leider nur. Wo uns der Schrott fehlt. Aber haben wir noch Schrott drin? Ja, haben wir. Wir können doch einen machen. Sieben. Hey, das Feld ist schon fast komplett hier. Ey, wir machen echt gut Fortschritt, oder? Also wirklich mal. Okay, die Kisten müssen wir aufbrechen am nächsten Tag. So, dann gehen wir schlafen. Donnerstag am nächsten Tag, okay. Wir können kurz auf Schmiede gehen. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber wir gucken jetzt nochmal Wetterbericht direkt morgens. Morgen ist sonnig, okay. Aber guck mal, wie viel wir jetzt automatisch hier wässern. So wenig zu gießen. Ist das nicht toll? Das ist doch wirklich geil, oder nicht? dafür hat sich doch der ganze aufwand gerade gelohnt bin ich zumindest ich finde der ganze aufwand hat sich schon sehr gelohnt jetzt gerade allein für dieses bild dieses bild wo morgens alles sprengtelt wir einfach einfach das meiste schon gegossen haben das schön da die großen sprengler werden natürlich noch geiler aber da braucht goldenseetang und das wird glaube ich noch ein bisschen dauern bis ich den kriege so Die Musik ist cool. Ich mag die Musik, entweder wieder ein bisschen Abwechslung in der Musik. Der Pad ist auch eigentlich vorbei, aber wir gießen auch eben zu Ende. Um die Tiere kümmere ich mich heute auch nicht, weil wir gehen gleich direkt wieder tauchen. Wir brauchen jede Menge Müll, jede Menge Schrott, wir brauchen jede Menge Seetang, aber wir haben es bald hinter uns gebracht. Wir haben bald zumindest ein Feld fertig und das, was wir hier schon haben, haben wir dann fertig. Dann können wir das Feld vergrößern und dann können wir dann, wenn wir Sprenkler haben, neue Samen kaufen. Ich muss jetzt die Samen auch verwandeln hier, weil die sind teilweise, brauchen die zwölf Tage oder so. Ich muss die so schnell wie möglich zum Wachsen bringen, die Pflanzen. Guck mal, das Gießen ging schneller als im Sommer, ne? Wo ich noch das Feld hier nur hatte und ein bisschen hier unten. Jetzt habe ich das komplette Feld. Das Gießen geht schneller, ich brauche weniger Ausdauer fürs Gießen. Und bald brauche ich gar keine Ausdauer mehr zum Gießen und null Sekunden fürs Gießen. Weil das Gießen nämlich einfach automatisch geschieht. Ist das nicht schön? Das Leben kann so schön sein. Automatisierung. So, schnell zur Schmiede. Wir wollen nämlich, also nicht Gießganner, wir wollen Dingens. Wir wollen die Kisten öffnen. Das mache ich noch in dem Part. Ich kann nicht aufhören zu spielen heute. Ich glaube, ich spiele heute bis drei Uhr nachts, wenn das so weitergeht. Nee, wenn die Sprengler sind fertig sind, das zweite Feld fertig ist, dann hört es glaube ich heute auf, aber ist ein bisschen, bis wir so weit sind. Das dauert noch ein bisschen. So, dann bringen wir das mal eben zum Museum. Und dann geht es wieder tauchen. Ich kann sogar verstehen, wenn einige Leute sich sehr gehetzt fühlen von mir derzeit, weil ich so extrem schnell alles machen will. Aber ich will halt einfach weiterkommen jetzt gerade. Ich habe jetzt so lange hier gesessen. Ich habe so lange hier gesessen. Und es ist nichts passiert. Wir kamen nicht weiter. Wir mussten jeden Tag gießen. Wir hatten nichts anderes zu tun, als auch zu gießen, Tiere zu kümmern und vielleicht mal fünf Minuten in die Mine zu gehen. Das war grauenvoll. Ich bin gerade einfach mega froh, dass wir endlich mal Fortschritt machen. Endlich mal Dinge tun können. Das ist so schön. Mich freut es sehr. Dann packen wir den Kompost hier eben rein. Das Glas können wir da hinten reinpacken. Gleich mit dem Pfad. Ja, genau, mit dem Pfad. Und dann sortieren wir das hier. Inventar sortieren geht ja nicht, glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt wieder tauchen. Puh. Ach ja. Der Pfad ist ja vorbei. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Untertitel. Immer das Beste aus eurem Leben. Euer PotatoBet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.